PEGI 18 und die Söhne von Skyrim ihr eigenes Blut vergießen würden. Aber niemand wollte es glauben. Glauben, dass sie überhaupt existierten. Und als die Wahrheit endlich ans Licht kommt, trennt sie lichterloh. Doch es gibt einen, den sie fürchten. In ihrer Sprache heißt er Doverkin. Drachenblut. Der Schadenblut. Sehr gut. Der Schadenblut. Der Schadenblut. Sie werden von den Geurgymutter gewusst. Und das wäre sie fürchten. Der Schadenblut. Der Schadenblut. Der Schadenblut. Der Schadenblut. Der Schadenblut. Der Schadenblut. A.T.R.A. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020